Mal gucken, was die nächste Collection an Autos so hat. Es gibt die richtig gute, aber die sind auch richtig teuer. Die Pizza war gut. Ich habe sogar noch welche stehen. Aber im Moment habe ich nicht so Hunger. Ich mache nachher noch mal warm, dann esse ich sie auf. So, hier lang. Oh, der ist stieg schon. Oh, der hat auch keine Tür mehr. Die Karre sollte man mal reparieren. Schön renoviert hier, ne? Und Tonys Villa. Ach, und guck an, hier sind jetzt die beiden. Und was du waiting für, honey? Someone to fuck? Es war Mama's birthday last weekend. Ich kann nicht glauben, dass ich sie verabschiede. Ich werde das Wort mit den Ballen nehmen. Okay, Tiger. Und warum nicht du ein Brum oder so, okay? Schleif ein paar Flasen, mach dich busy. Warum musst du immer so lange sagen, Tony? Kannst du nicht einfach sein? Schleif ein paar Flasen, mach dich gut. Okay, wir haben jetzt 16 Anexoten, die großen Zulieferer, bis zu 20.000 Dollar, das ist nicht schlecht. Die AK-74 und den 45er Colt haben wir jetzt auch. Ja, wir müssen ein Storehouse jetzt haben, um jetzt die 20.000 annehmen zu können. Okay, der Sosa war mal wieder da, ne? Und jetzt können wir uns auch noch ein paar mehr Waffen kaufen. Hey, hey. Und noch ein Upgrade. Touching is Texas. Okay. Bessere Zielgenauigkeit, ne? Und auch hier ein AK-47. Joa, die kaufe ich mir auch noch nicht. Ich kaufe mir jetzt mal hier das Upgrade, wenn ich das Geld dazu hätte. Komm back soon, Montana. Äh, joa. Später, ne? So, könnt ihr auch neue Autos kaufen. Ich guck mal nach, grad, welche das wären. Vielleicht ist da was Gutes dabei. Garage. So, das letzte Auto, was wir uns kaufen konnten, war... Genau, hier haben wir ein Tomahawk. Okay, der Name verschricht schon mal vier eigentlich. Okay, irgendein... Das ist, glaube ich, so eine VW-Verarsche. So, ein Light... Oh, ne, so ein Lightning, ne. So eine ständige Kaluppe. Der sieht doch mal gut aus. Hier, Delphin. Die... Die Laurien, ne? Verarsche. So. Die Karre ist eigentlich nicht schlecht. So. Und ein... Konik. N29. Kostet sauviel, aber sieht auch gut aus. Und die nächste Karren, äh, Sorten scheinen noch nicht frei zu sein. Joa, wobei der eine stand, was? Info. Ah, das ist eine Sorte Gold... Goldüberzogenen Antike Limousine, welche einst LKP gehört. Oh, sie ist unersetzlich. Okay. Das ist wohl eine Edelkarte. Aber wir haben schon wieder gute Autos dabei. Wir brauchen jetzt nur Knete. So, die Zulieferer hab ich. Na, toll. Okay, weg, 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 weg. Na was? Explodier. Ja, die Karre ist hin. Dann holen wir uns eine neue hier. Können wir die schon wieder reparieren hier? Joa. Holen wir uns hier den... Ja, holen wir uns hier Santa Monica oder so. Okay. Ja, nice to talk to you. So. Auch, der sieht doch auch ganz lustig aus. Ach. Ich will jetzt gerne Rennen fahren. Gehen wir uns mal in den Babylon Club. Dün, 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 dün. So. Rang 3 haben wir schon, ne? Von 8. Hm, hm, hm. Ab da. Jetzt haben wir uns schon das erste Sturmgewerf freigeschaltet. Das ist nicht schlecht. Joa, aber das ist eigentlich so ein schrottiges Gewerne. Das finde ich immer so oft. Das braue ich mir nicht kaufen. Okay, ich will jetzt schon sagen. Ja, und den 45er Colt damals. Auch noch. Mal gucken. Aber ich glaube, den braue ich mir auch noch nicht kaufen. Das finde ich, glaube ich, auch noch oft genug. Die Bullen tragen den ja mit rum, ne? Mal schon ein paar Mal aufgesammelt. Und die Spezialen halt. Die trägt auch noch ein ganz tolles Gewärmensierung. Aber das Zergattern, das ist hart. So, ne? Fahren wir erst mal im Mailblau-Club. Mit so ne edlen Karre. Joa. Ich hätte auch ne Lenkung, ey. Wie so ne alte Oma-Limo, ey. Hoppala. Passiert. Gut. Halt. Gut geparkt. Schon mal besser. So. Mal gucken, wer uns hier erwartet. Mh, 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 mh. Okay. Hier oben. Wie kommen wir da hin? Ah, hier läuft ja die... Die Musik, ne? Die OSTs. So, Babylarn-Club. We, Ducks. We turn to the Babylarn-Club. Okay, die Rückkehr wohl zum Club, halt. So. Lording. Is this it? Is this what it's all about? Killing? Driving? Dealing? Swearing? Then what? You're 50? You got a bag for a belly. You got tits? You need a bra? Oh, they got hair on them. You got a liver. You got spots on them. And you look like these rich fucking mummies. Oh, sorry, ey. Okay. Oh. 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 Okay, wir werden hier angegriffen. Shit. Irgendwie... Ist der Club hier voller Gegner. Okay, auch der komische Schauspieler hat sich gegen uns. Vereitelt. So, haben wir für die keine Muni mehr. Oh, komm, stirb. Okay, das werden immer mehr. Wo kommen die her? Der Fettsack, ey. Oh, 45er. Vielleicht noch. Haben auch Gegner dabei. Ich glaube, wir machen uns mal besser aus dem Stau, würde ich sagen, oder? Weil da sind ganz schön viele Gegner. Okay, jetzt kommen keiner mehr? Doch. Aber warum? Sollen die kommen? Ja. Sollen die kommen? Sollen die kommen? Sollen die kommen? Was ist so lustig, hm? Sosa? Was ist so lustig, hm? Du kannst nicht sterben, Mann. Was denkst du, Montana? Du denkst, Sosa ist der einzige, der will dich sterben? Gaspard? Schau dich, Montana. Die Dias-Brothers senden ihre Regards. Ich hoffe, sie haben deine Mama gut behandelt. Mama? Nein! Ach, du Kacke. Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, das ist vielleicht schon gar nicht so ein harter Tobak. Also, wenn man mal den Film gesehen hat, ne? Wenn da noch alles am Ende am Leben war von ihm. Ah. Die haben ihre Mutter, seine Mutter, ne? Naja. Und deswegen kommt jetzt auch die Mission, die eigentlich in der EU-Version fehlt. Ja. Die auch im Film geschnitten ist, die Szene. Meilerin zu nebenbei. So. Und jetzt geht's denen aber richtig an den Kragen, ey. Das coole ist, wir dürfen das spielen. Was für ein junger Mann hat ein Pancake für Essen? Wenn du da bist. Du bist du nicht mehr als Mann? Du bist du nicht mehr als Mann? Oder sanst du nicht mehr als Mann? Dann gehen wir doch nicht mal das. Dann warten wir doch. Auch wenn wir jetzt hier. Okay, die haben wir schön zersägt Hier legen ganz schön viele Drogen Scheiße, das sind ja 300 Gramm, Alter Okay, wir brauchen mal Gesundheit Ach Ah, lecker, lecker Komm, weg Okay Okay, erstmal hier die Drogen mitnehmen Alter, das ist aber schon ein halbes Kilo, ey Das ist doch krank Komm her, ich mach die alle, ey Scheiße, die Angst Bude Lecker, lecker So Gut Alter, ist das krank, ey Ich weiß schon, warum die geschnitten wurde Also, ganz habe ich das noch nicht raus Wie meins, genau die Leute zersägt Okay Oh Okay, ja Wir sollten irgendwann mal zu Zwischenwerfen wechseln Ist glaube ich besser Aha Ja, ich muss mal Also Die Steuerung mit der Kennzegg ist nicht so einfach Okay, haben wir ja schon gesehen jetzt So Attack with Ach so Ja, genau Mit L1 und mit R können wir da nochmal nachjustieren Oh, halt Lecker, lecker Mit den Gramps hier Fucking Peak Einmal komplett durch hier Wo liegen sie Alter Junge Ja, wenn wir uns einmal raus hatten Was Komm her Ich weiß gar nicht mehr, wie die Diaz-Groo mit vornam heißt Oh, zack So Und zack Kopf weg So Was sägen wir bei dir ab? Ah, ich würde mal sagen Auch die Beine, ne So So Arm ab Ah Weg So Die haben Schusswaffen Dann müssen die Schnell weg Ah Die Sehe ich jetzt tot, ey Stirb Alter, ne Ego-Schüler mit Kettensäge, ey Das ist echt ein Traum Hier kommen gerade aber keine Hm Ha Mit der Kettensäge, ey Jawohl So, so eine SMG wäre schön, ne Genau Und die nehmen wir mit Was wir hier so ein bisschen Bamm und Zamba machen Wir haben Schusswaffen, jetzt können wir nicht mehr so gut in der Kettensäge gehen, ne Hinten sie nicht bum 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 So Wo sind diese Die Brüder Hinten sie nicht mehr so gut in der Kettensäge gehen, ne Alter, ne Gleich sehe ich hier wieder los Tschüss War ja nicht noch jemand Ist ja noch vor der Tür Mehr Saftsack Der war zu weit weg Scheiße Ach ja, manchmal scheitert es an so einfachen Dingen Ja, wie gesagt, die Schusswaffen, das ist halt ein altes Spiel, da ist das nicht alles so flüssig geplant und so, ne Aber jetzt können wir wenigstens nochmal von Anfang an, ja Gegen Küchenmixer schwingen Boah Boah So So Arme Du auch Ja, noch einer Immer offen für Neues So Die Drogenpäckchen werden noch auf der Kettensäge Ist gut Jo, komm Hier kommt keiner zu kurz Zack Zack Wer wird vernachlässigt Komm her, komm her, komm her Ich mach dich alle Wo ist der Saftsack Okay, gehen wir erstmal weiter Nr. 1, nr. 2, nr. 3, 4, 5, 6, 1,5, 11 von 12 Oh, er hat sich geduckt So Oh Immer Tschüss Was passiert eigentlich Okay Denk er hier zersägen Eh, da passiert es Ah, den Rüstern fäge ich wieder zurück Jetzt kommt der Zack So, hier sind auch noch welche, ne Kommt der Kommt her Jo, ne Den hat's kennen wir Kettensäge So, ich glaub das waren alle Ah, wo sind sie jetzt hin, die zwei Stehen aber auch gute Autos hier rum Ja, den kennt man doch irgendwoher Der ist aber auch geil, ey Na ja Edgar, genau Edgar Diaz So, hier sind die Schweine Okay Okay Ne andere Fleet Okay, SMG haben wir Schnell hinterher, glaub ich Oha, der ist fährt ziemlich schnell Los, los, los Vollgas Da ist Vielen Dank.